Hallo und herzlich willkommen zur Videoschulungsserie Fit in Vectorworks. Mein Name ist Marc Witwer, ich bin Dozent für BIM und VDC an mehreren Schweizer Fachhochschulen und ich freue mich außerordentlich, euch diese Schulungsserie präsentieren zu dürfen. Sie sehen bei mir auf dem Bildschirm jetzt Vectorworks 2020, nachdem sie das gleich nach der Installation das erste Mal aufgestartet haben. Bevor wir die ersten Schritte machen, sollten wir gemeinsam kurz überprüfen, welche Arbeitsumgebung wir ausgewählt haben. Mit dem Begriff Arbeitsumgebung werden alle Paletten gespeichert, also die Position aller Werkzeuge und natürlich auch die Tastenkürzel. Also falls Sie ein Tastenkürzel ändern wollen, geht es auch über die Arbeitsumgebung. Im Menü Extras ganz unten bei Arbeitsumgebung sehen Sie jetzt ist bei mir Architektur BIM gewählt. Diese Arbeitsumgebung bedeutet, dass ich auf der linken oberen Seite hier die entsprechenden Bauteilwerkzeuge habe und hier unten habe ich verschiedene Werkzeuggruppen, die ich durch einen Klick entsprechend aktivieren kann. Natürlich kann ich alle Paletten grösser und kleiner machen und ich kann auch, wenn ich jetzt da eine zweite Palette brauche, die einfach so rausziehen und dann habe ich beide Paletten sichtbar und kann die natürlich auch wieder so irgendwo bei mir einordnen und anpassen. Wenn Sie mal eine Palette nicht mehr finden oder eine weggeklickt haben, dann gibt es nur eine einzige Stelle in Vectorworks, wo die immer wieder aufgerufen werden kann und zwar im Menü Fenster bei Paletten. Sie sehen jetzt, diejenigen mit einem Häken sind die, die sichtbar sind. Ich nehme da mal den Zubehörmanager weg. Sie sehen, dieser Balken da ist jetzt verschwunden. Ich klicke jetzt nochmals drauf, um den wieder zu aktivieren. Die Palette Zubehörmanager ist eine spezielle Palette, die hat eine sogenannte Mouse-Over-Funktion. Das heißt, wenn ich mit der Maus drauf fahre, klappt die auf. Auf Macintosh habe ich auf der linken Seite dieses Minus. Wenn ich da drauf klicke, wird es zu einem Plus. Das bleibt dann auch jetzt offen. Auf der Windows-Seite haben Sie auf der rechten Seite eine kleine Pinnadel, wo Sie die gleiche Funktion haben, um die Palette offen zu belassen. So, ich mache die jetzt wieder kleiner, da ich bei mir nur auf einem Bildschirm arbeite. Wenn Sie zwei Bildschirme haben, können Sie natürlich die Palette auf dem zweiten Bildschirm platzieren. Kommen wir zu einem sehr wichtigen Punkt zu Beginn und zwar zu den Programmeinstellungen. Ebenfalls im Menü Extras an zweitunterster Stelle Programmeinstellungen und dann direkt auf den Namen Programm klicken. Die Programmeinstellungen sind natürlich sehr, sehr vielfältig und ich will da Ihnen einfach die wichtigsten Programmeinstellungen zu Beginn zeigen. Die erste finden wir im Bereich Diverses. Wir haben da die sogenannten Widerrufenschritte. Also wie oft können Sie etwas rückgängig machen oder wie viele Schritte können Sie rückgängig machen. Da ist jetzt 40 bei mir eingestellt. Ich denke, das ist ein ganz passabler Wert. Ich könnte das auch auf 60 erhöhen. 10 oder sogar weniger als 10 ist natürlich dann deutlich zu wenig. Da würden Ihnen dann Sachen fehlen beziehungsweise Sie können da nicht oft genügend rückgängig machen. Mehr als 60 denke ich, ist dann vielleicht auch etwas übertrieben. Wechseln wir gleich in den Bereich Sichern. Da geht es darum, soll Vectorworks automatisch ein Backup machen und wenn ja, an welche Stelle? Grundsätzlich sage ich bei mir ja, alle 15 Minuten. Es soll mich nicht jedes Mal fragen, es soll es einfach machen und ich will aber jetzt nicht mein Originaldokument überschreiben, also das Dokument, das ich auf dem Bildschirm sehe, sondern es soll eine Art Kopie, also ein Backup-Dokument machen an dieser Stelle. Damit sind eigentlich die zwei wichtigsten Einstellungen bereits erledigt. Ich schließe das Fenster mit OK. Das Bild, das ihr hier seht, das könnt ihr einmal anklicken mit dem Aktivieren-Werkzeug und dann einfach auf die Löschtaste gehen, dann ist das auch gleich gelöscht. Kommen wir nun zur allgemeinen Zeichentechnik und dazu bitte ich euch, die Palette Konstruktion hier unten anzuklicken und dann gleich das Linienwerkzeug zu wählen. Das Linienwerkzeug ist natürlich eines der einfachsten Werkzeuge und eignet sich daher sehr, sehr gut, um die Zeichentechnik zu erklären. Nachdem ihr einen Mausklick gemacht habt an einer beliebigen Stelle, könnt ihr mit der Maus wegfahren und ihr seht die sogenannte Objektmaßanzeige. Die zeigt euch jetzt die Position der Maus oder besser gesagt die Position in Bezug zum ersten Klick. Wenn ich eine Linie zeichnen möchte von zum Beispiel 4,50 Meter, tippe ich einfach die Zahl ein, 4.5 auf der Tastatur. Ich brauche da keine zusätzliche Taste zu drücken, also nicht irgendwie XY oder L und W, sondern einfach die erste Zahl eintippen und dann mit Enter bestätigen. Das zeichnet euch dann gleich eine Linie. Jetzt eine Linie ohne definierten Winkel ist natürlich eine Art wie ein Radius in einem Kreis und ich kann jetzt mit der Maus an der Stelle zum Beispiel abschliessen. Wenn ich jetzt aber weiss, dass ich gleich einen bestimmten Winkel haben möchte, dann tippe ich auch wieder einfach die Zahl ein, Zahl Nummer 3 und dann drücke ich nicht Enter, sondern Tabulator, weil damit springe ich gleich ins Feld Winkel. Da sage ich 22, drücke wieder Enter und jetzt zeigt er mir eigentlich die Vorschau an und wenn ich mit dieser Vorschau einverstanden bin, kann ich entweder nochmals Enter drücken, das mache ich jetzt bei mir, oder natürlich einen Mausklick. Also kurz zum Repetieren, erste Zahl eintippen, Tabulator drücken, wenn ein Winkel eingegeben werden soll, bei minus 12 geht es natürlich nach unten und nochmals Enter drücken, wenn man den Wert gleich bestätigen will und den Zeichenvorgang abschliessen. Nun, bei einer Linie ist es so, dass immer nur ein Element gezeichnet wird, also nach jedem Zeichenvorgang ist das entsprechend abgeschlossen. Wechseln wir kurz zum Kreis. Der Kreis hat hier oben als Zusatzfunktion sogenannte Methoden. Eine Methode bedeutet, ich kann zum Beispiel hingehen und sagen, ich möchte da einen Kreis zeichnen, der diesen Radius hat und dann ist das natürlich super praktisch, weil ich da einfach klicken kann. Oder ich habe da eine andere Situation, ich möchte den Durchmesser zeichnen, dann klicke ich einfach so diese Elemente an. Natürlich gibt es noch drei Punkte und viele Optionen mit Tangenten, sind aber dann alles bereits Sonderfälle. Also immer auch Werkzeug anwählen, überprüfen, welche Methode ist gewählt und dann das entsprechende Objekt erstellen. Jetzt, wir haben gesehen, dass auch beim Kreis wird nach Länge Winkel gefragt. Logisch, das ist ja eben wie eine Linie zum Zeichnen. Und eigentlich denken alle Objekte so, mit Ausnahme des Rechtecks beziehungsweise aller Objekte, die rechteckige Formen erstellen können. Wenn ich da jetzt nämlich hingehe und ich beginne zu zeichnen, dann erscheint X und Y, also meine Aussenkanten oder Aussenkontur des Rechtecks. Ich kann da jetzt drei Meter reintippen, dann Tabulator, minus 2,2, zweimal mit Enter bestätigen und das Ganze ist fertig gezeichnet. Natürlich, wenn ich in diese Richtung zeichne, 2,5, dann zeichne ich in den positiven Bereich von Y. Das heisst, hier würde ich eine positive Zahl eingeben, zweimal Enter drücken und auch wieder ist das gezeichnet. Wenn wir Objekte haben, die mehrere Elemente nacheinander zeichnen, zum Beispiel das Wand oder auch das Polygon, dann ist das so, dass ich da nach jedem Klick eigentlich weiterzeichnen kann. Das heisst, das Objekt endet nicht, sondern zeichnet mir weitere Formen und ich kann auf zwei Arten schliessen, entweder mit einem Doppelklick, dann bleibt das Ganze einfach so offen oder wenn ihr hingeht und ihr wisst, dass ihr jetzt eigentlich einen geschlossenen Raum zeichnen wollt, dann drückt ihr einfach die Taste C wie Close und dann wird rechtwinklig fertig gezeichnet. Das geht selbstverständlich auch mit solchen Formen, also mit freien Polygonen. Wenn ich da jetzt C drücke, dann zeichnet es mir auch hier diese Form fertig. So, dann vielleicht kurz zu den Art und Weise, wie wir ein Objekt ändern können. Mit dem Aktivieren-Werkzeug kann ich natürlich Objekte einfach so herumschieben. Ich kann auch da in der Nähe des Punktes auf dieses Kreuz warten und dann das wieder genau an diese Stelle schieben. Wenn ich noch näher auf den Punkt gehe, dann wechselt der Punkt zu diesem diagonalen Pfeil und dann kann ich zum Beispiel so das Objekt skalieren oder strecken und das geht natürlich eigentlich mit allem, also auch mit dem Kreis könnte ich zum Beispiel jetzt da so das Ganze vergrössern. Sehr oft werdet ihr sicher auch die Situation haben, ich zeige es mal schnell an der Linie, dass ihr diese verlängern möchtet und zwar um einen bestimmten Wert und da hilft jetzt die Infopalette. Wir haben hier die Möglichkeit zwischen den XY-Werten und Längewinkel zu wechseln. In dem Fall macht natürlich Längewinkel mehr Sinn. Hier unten kann ich den Fixpunkt wählen. Wenn ich jetzt sage, das ist der Fixpunkt, das bedeutet dieser blaue Punkt, dann kann ich da jetzt auf 5 Meter erhöhen und es ist klar, die Linie wird auf der rechten Seite verlängert, weil das eben mein Fixpunkt ist. Wenn ich den Winkel verändere, passiert natürlich genau das Gleiche, das heißt es dreht sich um diesen Punkt, den ich da fixiert habe. Das geht auch beim Rechteck, wenn ich zum Beispiel diesen Punkt als Rechteckspunkt wähle und ich will die Höhe auf 2,20 Meter definieren, dann bleibt natürlich die untere Kante genau an der richtigen Stelle stehen. Also die Infopalette ist eine sehr praktische Methode, um Objekte zu ändern, anzupassen. Jetzt bisher haben wir alles, was wir gemacht haben, haben wir da im Grundriss gemacht und das heisst aber nicht etwa, dass wir das im Zweide gemacht haben, sondern wir blicken im Moment eigentlich einfach auf das Modell von oben. Und man sieht es auch hier, da steht Zweideplan draufsicht. Ich kann jetzt hier wechseln und zum Beispiel sagen, ich möchte das rechts vorne oben betrachten. Da sehen wir auch, dass die Wände eine Höhe haben und die Rechtecke natürlich nicht. Es ist ein flaches Element, ist natürlich trotzdem im 3D sichtbar und ich kann damit auch weiterarbeiten wie im 2D. Jetzt dieses Wechseln ist natürlich doch ein bisschen mühsam, wenn ich da schnell mal die Ansicht von vorne aufrufen will und das genauer anschauen möchte, dann muss ich da immer hin und her wechseln, was nicht so praktisch ist. Und da ist jetzt wichtig, dass ihr zwei, drei Tricks kennt, die euch dabei helfen. Und zwar haben wir hier eine sogenannte Mehr-Fenstertechnik oder mehrere Ansichtsfenster. Wenn ihr da draufklickt, dann wird automatisch das Programm oder das Fenster beziehungsweise das Modell in vier Fenster aufgeteilt. Ihr könnt die auch schieben und grösster, kleiner machen. Jetzt standardmässig, wenn das das erste Mal eingesetzt wird, ist immer hier rechts, hier ist die Ansicht von vorne. Da haben wir den 2D-Plan, also der Aufsicht, die wir bisher immer gesehen haben. Und hier unten habe ich jetzt die Möglichkeit, das 3D-Modell zu sehen. Ich gehe jetzt hin, klicke in dieses Fenster, da wird dann dieser Bereich blau markiert. Und dann gehe ich auf dieses Symbol hier. Das ist eine kleine T-Kanne. Und da wähle ich OpenGL. Und dann ist dieses Fenster eigentlich in einem, ja, sagen wir mal, gerenderten Zustand. OpenGL ist eine sehr schöne und vor allem aber auch sehr schnelle Darstellung. Wenn ich jetzt etwas anklicke, zum Beispiel diese Wand, dann sehe ich natürlich in allen vier Fenstern sofort, welche Wand ist angeklickt. Und das hilft mir natürlich unheimlich, wenn ich etwas in der Höhe korrigieren will. Dann kann ich das in der Rahmsicht von vorne machen. Oder ich kann auch dieses Element anklicken, wo ich sofort sehe, auf welcher Höhe liegt denn das. Dass das jetzt auf der gleichen Kante, wie die Wende liegt, würde ich sonst in einem 3D-Modell ja nicht unbedingt gerade sehen. Jetzt gibt es ein Kürzel für diese Funktion und das ist die Taste Q. Und wenn ich die Taste Q jetzt bei mir drücke, dann wird dieses Fenster aufgerufen, das zuletzt etwas aktiviert hat. Das heisst, jetzt habe ich dieses als Hauptfenster. Wenn ich nochmals Q drücke, kommen mit die vier Fenster. Und wenn ich da reinklicke und ich habe zweite Plan drauf, Sicht blau, dann wird das bei der Taste Q als Hauptfenster. So könnt ihr also super schnell hin und her wechseln und das immer wieder anpassen. So, wenn wir jetzt da etwas ganz Einfaches aufbauen wollen, zum Beispiel ein Stadtvolumenmodell, dann sind die Wände vermutlich noch viel zu früh. Das heisst, ich aktiviere mit dem Werkzeug diese Wände. Ich kann das machen, indem ich einen Rahmen aufspanne. So, oder auch mit der Shift-Taste einzelne Objekte dann wieder deaktiviere, um genau das zu löschen. So, ich möchte jetzt aus diesen Formen möchte ich da einfache Volumen erstellen. Ich mache das noch ein bisschen grösser. So, und auch dem da gebe ich ein bisschen einen höheren Wett. Als Fixpunkt nehme ich den da. So, und wie läuft das jetzt in Vectorworks? Das ist super einfach. Ihr klickt hier auf die Palette modellieren oder auf die Werkzeuggruppe modellieren und nehmt das Werkzeug drücken ziehen. Dieses Werkzeug könnt ihr jetzt über die Objekte fahren und ihr seht schon, dass ich jetzt da draufklicken kann und dem so eine Höhe geben kann. Ich mache jetzt bei mir mal 6 Meter, bestätige das mit einem Klick und dann hat dieses Objekt hier im 3D die entsprechende Höhe natürlich auch in der Ansicht von vorne sichtbar. Mit dem Element hier gehe ich ein bisschen weiter nach oben, sage ich 12 Meter und dann ist auch das entsprechend in der Höhe versehen. Das hier nehme ich jetzt auf den Wert. Das heisst, ich kann auch im 3D mit dem Objektfang arbeiten. Ihr seht, dass er da die Höhe übernimmt und kann jetzt dem die gleiche Höhe zuweisen. So, jetzt, sobald ich die Objekte in der Höhe definiert habe, kann ich natürlich auch die anderen Seiten so entsprechend rausziehen. Also ich muss dem einmal eine Höhe geben und dann kann ich alle Seiten entsprechend so verändern. Speziell ist jetzt dieser Körper hier, weil der hat nicht rechtwinklige Flächen oder die Flächen stehen nicht rechtwinklig zueinander. Das heisst, wenn ich da jetzt hingehe und ich ziehe das so raus, dann entsteht da eine Art wie ein neuer Körper. Das kann gewollt sein. Ich möchte jetzt aber bei mir, ich mache da einmal über Menü bearbeiten rückgängig, ich möchte eigentlich hingehen und diese Fläche da nicht einfach rausziehen, sondern kleiner machen lassen. Das heisst, diese und diese Kante sollen verlängert werden. Und dazu wechsle ich hier die Methode auf Fläche verschieben und wenn ich jetzt da hingehe, dann seht ihr, dass ich da, ich mache das ganz genau, dass ihr da jetzt zum Beispiel so arbeiten könnt und dann wird diese Fläche entsprechend kleiner oder ich ziehe sie da so grösser, dann wird sie entsprechend grösser. Das heisst, die angrenzenden Flächen behalten dabei den entsprechenden Winkel. Ich möchte es jetzt noch auf der anderen Seite tun und da ist ganz praktisch zu wissen, dass es eine Möglichkeit gibt zu drehen, ohne das Werkzeug zu wechseln. Wenn ihr die Control-Taste drückt und das Mausrad zusammen drückt, dann könnt ihr es so einfach wechseln. Nur das Mausrad ist so verschieben und zusammen mit Control ist im 3D gleich drehen. Und da mache ich jetzt das Gleiche und da seht ihr natürlich sehr schön, wie das jetzt in den Spitz läuft oder eben einfach ein bisschen gestreckt wird. Das Werkzeug, das wir übrigens mit Control und Mausrad aufrufen, ist natürlich nichts anderes als ein ganz normales Werkzeug, nämlich das Ansicht rotieren. Ihr könnt es also auch manuell anklicken und dann so drehen. Das geht natürlich auch. Aber eben dann ist es ein Werkzeugwechsel und oft möchte man natürlich diesen Werkzeug wechseln sein lassen und einfach so kurz auf der anderen Seite das Objekt anschauen. So, jetzt, wie gehen wir vor, wenn wir so ein Objekt haben, das zusammengesetzt ist? Da kann man mal hingehen und beide Objekte zusammen aktivieren und dann einen rechten Mausklick drauf, habe ich die Möglichkeit zu sagen, Volumen zusammenfügen. Die rechte Maustaste ist in Vectorworks ziemlich entscheidend und vor allem der untere Bereich passt sich eigentlich immer intelligent den Objekten an, die ihr ausgewählt habt. Also, wenn da eben Volumen vorhanden sind, die man zusammenfügen kann, dann steht Volumen zusammenfügen. Das Resultat sieht so aus, also sprich, diese Kante, da wurde jetzt eliminiert, die existiert nicht mehr. Und wenn ich das Drücken-Ziehen-Werkzeug mit der ersten Methode jetzt einsetze, kommt natürlich da der ganze Bereich raus. Ich kann auch den so runterschieben oder den jetzt so runterschieben. Also, da habe ich jetzt die verschiedenen Möglichkeiten. Ich möchte jetzt innerhalb dieser Fläche weiterarbeiten und eine Art seitliche Rampe konstruieren. Und dafür nehme ich jetzt das Linienwerkzeug. Das Linienwerkzeug hat die Möglichkeit, auf der Fläche zu denken, sage ich mal, oder damit zu arbeiten. Also, zum Beispiel kann ich da so eine Linie reinzeichnen. Oder ich könnte auch da so eine Linie reinzeichnen. Selbstverständlich geht es natürlich auch da, dass ich auf der Fläche eine Linie reinzeichne oder zum Beispiel auch da. Diese Linien, dass die so reingezeichnet werden können, das liegt hier an dieser Ausrichtung automatisch. Wenn ich da Konstruktionsebene wähle, dann erscheint ein Hinweis, dass man eben mit der Taste A diese Option wechseln kann. Ich habe es jetzt manuell gemacht. Und jetzt seht ihr, die Linie wird am Boden gezeichnet. Also, er erkennt da jetzt nicht mehr diese 3D-Fläche. Und wenn ich jetzt die Taste A drücke, steht hier oben wieder automatisch. Und jetzt kann ich wieder da so auf der entsprechenden Kante zeichnen. So, jetzt was bringt es mir, wenn ich diese Flächen so erstellt habe oder diese Kanten so erstellt habe? Ich habe jetzt die Möglichkeit, mit dem Drücken Ziehen-Werkzeug, mit der dritten Methode zu sagen, ich habe da eine Linie, ich habe da einen Körper und ich möchte diese Kante so rausziehen. Das heißt, die Linie ist eigentlich nur ein Mittel, um dann dieses Element so rausziehen zu können. Das gleiche zum Beispiel da kann ich jetzt, wenn ich will, diesen Teil so rausziehen und habe da eine Art überhängendes Element so konstruiert. Das geht natürlich nicht nur mit Linien, das geht selbstverständlich auch mit Rechtecken oder allen anderen Formen. Und, ganz wichtig, ich kann natürlich auch hingehen und das Element da ganz rausziehen und dann entsteht natürlich ein entsprechendes Loch. Es ist also super einfach, mit diesen Kombinationen von einfachen Grundkörpern ein doch, sag mal, hochkomplexes Modell am Schluss zu erstellen. Gut, dann gibt es natürlich noch weitere Tools, um solche Formen erstellen zu können. Und ich möchte das eine oder andere euch kurz präsentieren. Gehen wir mal hin und zeichnen. Am besten, ich mache das jetzt kurz im Grundriss. Werdet ihr gleich sehen, weshalb. Beziehungsweise, ich mache es da mal mit dem Kreis. Ich zeichne da diesen Kreis. Dann gehe ich hin und zeichne da ausserhalb nochmals ein Rechteck. So, ich glaube, das reicht schon zu Beginn. Und dann nehme ich wieder das Drücken ziehen. Erste Methode diesmal. Ich ziehe mal den auf die Höhe rauf und den ziehe ich auf die Höhe rauf. So, jetzt gibt es da ein Werkzeug, das nennt sich Verformen. Und unter Verformen verstehen wir eine ganze Palette von Tools. Ich beginne da mit dem Objekt verdrehen. Das ist vor allem für diesen Körper da spannend. Ich klicke den an mit dem Werkzeug. Und dann wähle ich eigentlich die Seite aus, die ich verdrehen möchte. In meinem Beispiel wähle ich jetzt die obere Fläche an. Dann sage ich, ich habe hier einen Winkel und den verdrehe ich jetzt um 90 Grad. Ich kann das mit der Maus machen. So. Oder ich kann natürlich auch den Winkel eingeben, minus 90 und dann mit Enter bestätigen. Das Resultat sieht so aus. Super spektakulär und mit ein paar wenigen Klicks bereits erzeugt. Dann gibt es hier die Möglichkeit, Objekte zu biegen. Das nehme ich das hier. Ich stelle dabei diese Option aus. Also ich sage, ich will eigentlich nur einen oberen Teil biegen. Ich klicke das Objekt an. Da habe ich wieder die Möglichkeit, zu sagen, an welcher Stelle. Jetzt wähle ich natürlich da entsprechend diese Stelle aus. und dann auch wieder den Winkel und dann kann ich das Objekt wieder so verbiegen und auch da wähle ich zum Beispiel minus 90 Grad aus und dann ist das das Resultat. Die Objekte kann man natürlich auch noch verjüngen oder ausbauen, sage ich mal. Also wenn ich da jetzt verjünge, dann sieht das zum Beispiel so aus. Ich mache das wieder rückgängig und mit der Methode da kann ich das Objekt entsprechend bauchen. Also es ist immer der gleiche Weg. Ich wähle die Fläche an und dann sage ich, es wird entsprechend grösser oder kleiner und das Resultat ist dann entsprechend diese Form. Also ihr seht, mit dieser Kombination von Tools ist man da unheimlich flexibel. Und da noch das dritte Werkzeug, das super praktisch sein kann, das abschrägen. Wenn ich jetzt diese Fläche anklicke, kann ich diese Fläche nehmen und sage, ich möchte da minus 20 Grad drin haben. Ich drehe mich kurz und sage auch bei der, ich möchte auch da minus 20 Grad drin haben, um das Ganze im Objekt so entsprechend umzuformen. So, jetzt wie kommen wir zu einer Darstellung, die wir vielleicht dann auch in einer ersten Besprechung verwenden können. Ich drücke mal die Taste Q, nachdem ich in diesem Fenster bin, sodass ich das als Hauptfenster habe. Was mir natürlich fehlt, ist jetzt sicher mal ein Boden. Der Boden muss ich jetzt nicht als Boden machen, sondern ich kann natürlich da ein riesengroßes Rechteck aufspannen. Das passt natürlich. Und damit das aber eine Dicke kriegt und sich auch dann wirklich als Boden eignet, kann ich natürlich jetzt mit der ersten Methode dem eine Dicke geben, von zum Beispiel 20 Zentimeter. Spielt ja nicht so eine Rolle, wie dick das wirklich ist. Ich habe das bewusst nach unten gezogen. Das bedeutet, wenn ich nochmals kurz die Taste Q drücke, dass eben die Objekte wirklich auf dem neuen Element stehen, auf diesem Boden stehen und nicht etwa darunter. Deshalb macht es Sinn, da nach unten zu ziehen. So, dann nächster Schritt. Da habe ich, glaube ich, noch eine Linie. Die putze ich mal raus. Die brauche ich ja gar nicht. Und jetzt gehe ich hin, klicke da auf das Symbol der Glühbirne und ich brauche auf jeden Fall noch einen Sonnenstand. Ich möchte ja doch vielleicht mal schnell schauen, wie das dann ausschaut. Der Sonnenstand kann irgendwo platziert werden. Das ist völlig Wurst. Ich sage 24 Stunden. Ich lasse mal den Ort so stehen und gehe dann hier auf die Uhrzeit. Ihr seht schon, das Modell hat schon gewisse Farben aufgenommen. Ich nehme da mal 11 Uhr und gehe ein bisschen in den Sommer rein. So. Um jetzt zu sehen, was das genau bedeutet, also sprich, diese Objekte an einem bestimmten Ort am 20. Juni um 11 Uhr, kann ich jetzt nochmals hier auf diese Teekanne klicken und vielleicht kurz zu dieser Teekanne. Das ist nicht per Zufall dieses Symbol, sondern das ist der Utah Teapot. Das ist das erste Objekt, das auf der Welt gerendert worden ist an einer, meines Wissens, amerikanischen Universität. ist also sozusagen ein Heiligtum in der Render-Geschichte und deshalb verwendet Vectorworks dieses Symbol, falls ihr euch mal fragt, wieso eine Teekanne da verwendet wird. Ihr seht hier unten jetzt die Möglichkeit, einen Renderworks zu wählen. Das normale Renderworks wird euch schon ein passables Resultat zeigen. Wir haben ja keine Farben. Das heißt, das Modell ist jetzt natürlich eigentlich wie ein Gips-Modell oder ein Weiss-Modell. Was jetzt vielleicht noch nicht so perfekt ist, ist die Art und Weise, wie ihr den Schatten berechnet. Das ist jetzt sehr plakativ. Also er unterscheidet jetzt nicht, wo der Schatten genau ist oder wie der genau vom Licht allfalls noch beeinflusst wird. Das ist aber natürlich auch eine dafür sehr schnelle Berechnung. Ein bisschen besser wird es natürlich, wenn ich jetzt hingehe und zum Beispiel sage, ich möchte eine Aussennahmensicht, wo ein bisschen mehr Möglichkeiten drin sind, ohne Umgebung. Das heißt, es bleibt eigentlich weiss und jetzt seht ihr auch, dass er eben den Schatten unterschiedlich berechnet. Es ist jetzt natürlich sehr, sehr hell und wenn ich jetzt sehe, dass ich da den Sonnenstand habe, kann ich natürlich mal die Helligkeit auf 50 reduzieren, um zu sagen, ich will das mal kurz überprüfen, wenn ich da das Licht entsprechend reduziere. Und ihr seht jetzt, der Schatten wird natürlich viel, viel feiner berechnet. Was jetzt wichtig ist, wenn ihr euch dreht, also wenn ihr das Modell von der Seite betrachten wollt, muss natürlich das Rendering neu gestartet werden. Das ist also nicht unbedingt einen Modus, den wir beim Arbeiten haben können. Da macht es vielleicht mehr Sinn, dass wir OpenGL einsetzen. Das, was wir gesehen haben und da noch ein kleiner Tipp, wenn ihr hier unten einstellt, inklusive Schatten, da könnt ihr jetzt sogar die Qualität auf hoch stellen, dann seht ihr sogar im OpenGL den Schatten. Und was ich als ziemlich praktisch empfinde, ihr könnt beim Sonnenstand, der ist ja da immer noch ausgewählt, auf Sonnenverlauf klicken. Und jetzt könnt ihr zum Beispiel sagen, was passiert, je nachdem, zu welchem Tag und Monat ich das Ganze betrachte. Also man sieht jetzt sehr schön, wie im Sommer und Winter das Licht einen anderen Winkel hat. Aber natürlich vor allem spannend die Uhrzeit, also was passiert mit dem Schatten, wenn sich der da entsprechend oder besser gesagt die Sonne sich bewegt. Kann man das alles sehr präzise anschauen und an seinem Modell überprüfen. So, das war es bereits mit Teil 1 von Fit & Vectorworks. Ich hoffe, ihr hattet viel Spass und könnt viele dieser Funktionen gleich bei einem eurer ersten Projekte ausprobieren und freue mich, euch im Teil 2 begrüssen zu dürfen. So,